In diesem Video. Fährt was durchs Bild, stehen Busse rum, haben wir einen Plan und geht was kaputt. Schönen guten Morgen zusammen, na? Sitzt ihr schon auf dem Co-Pilotensitz und wollt los? Da habe ich leider schlechte Neuigkeiten. Vorerst stehen wir hier, denn erstmal heißt es Haushalt, Daten sichern, Blog schreiben. Um es kurz zu fassen, heute über Tag bleiben wir hier. Gegen Abend verschieben wir uns, ja, auch wenn ich mich eigentlich schon verabschiedet habe, nochmal hoch ans Kap. Das Wetter könnte auftun, es ist gerade noch neblig, hochneblig bewölkt und die Chance besteht, dass heute Abend nochmal eine geile Show kommt. Aurora Vorhersage ist gut und das lassen wir nicht entgehen. Sorry, dass wir hier noch einen Tag länger abhängen. Ich schreibe gerade Blog. Ja, ich bin fleißig, Mann. Wirklich. Da steht der Laptop auf den Knie. Kommt gerade die Sonne raus. Wetter wird besser. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ich habe hier gestern noch einen ganz netten Franzosen kennengelernt. Paul. Der ist Bierbrauer in Paris. Macht sich gerade selbstständig. Ich blende euch mal ein, wie sein Bier heißt. Und ich glaube, wenn ich mal nach Paris komme, in die Richtung, dann werde ich bei ihm auf jeden Fall stoppen. Ein sehr netter Mensch. Wir haben uns nett unterhalten. Gestern zusammen Polarlichter gejagt. Die coole Sache, wen man hier alle so trifft unterwegs. Das ist das Geile am Reisen. Komm, jetzt muss ich hier weitermachen. Und während ich euch volltexte, fällt hier gerade ne Horde ATV-Fahrer ein. Was wollen die denn hier? Die fahren mit ATVs ans Nordkap. Kalt. Die Steinschleuder ist gekommen. Wir kriegen hier noch ein bisschen Split. Das ist ja cool. Dankeschön. Die nächste Gruppe mit ATVs ist vorbeigekommen. Es regnet leicht. Unser Heinz sitzt am Rechner und schafft. Und nach den ATVs kommen die Reisebusse. Ganz schön was los hier auf dem Parkplatz. Ich sage euch eins, Parkplatzleben ist echt interessant. Und jetzt kommen hier drei Snowboarder. Das glaubst du dir auch nicht, oder? In dem Pappschnell. Plus drei Grad und Regen. Naja, viel Glück. Da bin ich. Wir bewegen uns. Wir fahren mal vor ans Nordkap und gucken, ob sich was tut am Himmel. Momentan sieht es beschissen aus. Die Strecke kennt ihr. Das Wetter auch nicht so toll. Mit am Start. Heute übrigens auch Flauschi, Co-Pilot und Friedrich haben keine Lust. Die sagen, wir waren so häufig am Nordkap. Sie können es schon nicht mehr sehen. Es ist halt Flauschi heute dabei. Die Strecke ziemlich asphaltig. Nichts mehr vom Winter zu spüren wirklich. Das noch Vergleich mit vor, weiß ich nicht, wann war ich hier? Vier, fünf Tagen. Das ist ein Trauerspiel. Zum Glück haben wir es noch bei richtig Schnee erlebt. Hier sind wir noch nie hingefahren. Das ist noch ein versteckter Parkplatz. Da schießt man eigentlich immer dran vorbei, wenn man irgendwo hinfährt. Aber viel Platz ist auch nicht. Und ich schätze, die Schneeräumer nutzen das zum Wenden. Aber es ist geräumt. Fahren wir mal weiter. Da sind wir ankommen. Second home. Zweites Zuhause. Wir werden schon erkannt am Gate. Und heute haben sie ausnahmsweise bis halb sieben auf. Wisst ihr auch warum? Da stehen noch tausend Busse rum. Und ATV Quad Touren und Schlag mich tot. Das ist Tüfellos. Der Wahnsinn. Und wir können uns wieder auf unseren Spot stellen, wo wir letztes Mal schon standen. Da steht nämlich keiner. Aber dann stehen wir den Jungs voll in der Sicht. Das wäre gemein. Das machen wir nicht. Da sind wir also gut angekommen. Wieder mal am Nordkap. Draußen mittlerweile dunkel. Ich am Schneiden und jetzt am Kochen. Es gibt ein One Pot Meal. Kartoffeln, Karotten, Fleisch, Nudeln, Soße. Alles in einem Topf. Kochen, fertig, essen. Ein feiner Eintopf. Kartoffeln sind so gut. Karotten, Fleisch, Nudeln. Hervorragend. Alles auf den Punkt. Gut. Und wo ich hier gerade an der Kugel ankomme, fährt hier ein großes Schiff vorbei. Welches es ist, weiß nicht. Aber da sind bestimmt die drauf, die vorhin hier an der Kugel rumgelaufen sind. Ich finde schon eine gute Fahrt. Kommt gut wieder Richtung Süden. Halb zwei. Ich sitze in Zottel. Vorhin zog der Himmel wieder zu. Und es war nichts mehr los. Und auch jetzt nur ein schwaches Glühen am Himmel. Ich glaube nicht, dass es heute noch eine Riesenshow gibt. Deswegen gehen Flauschi und ich jetzt pennen. Ich wünsche eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao zusammen. Gute Nacht. Komm Flauschi. Beginnt wir. Hallo zusammen. Hier ist Kai von Travel Camping Living. Wir stehen am Nordkap. Zottel wackelt. Und zwei pennen noch. Es ist Sonntag. Und die beiden haben ihren freien Tag. Und sie wissen nicht, was sie heute verpassen. Ja, okay. Wir sind immer noch am Nordkap. Langweilig. Ich weiß. Aber guckt euch mal das Wetter an. Keine Wolke. Nix. Warum haben wir das nicht letzte Nacht so gehabt? Superparat. Die Sonntagsvertretung Flauschi. Schon am Start. Allerdings fahren wir noch nicht sofort ab. Ich brauche erstmal Frühstück. Und wir müssen mal schauen, ob wir heute noch einkaufen gehen können. Denn so langsam geht mir das Essen aus. Während die Cornflakes einweichen, beschäftige ich mich mit Datensicherung. Zig SD-Karten müssen eingelesen werden, gespeichert, weiter verwurstet und irgendwo hingeschafft werden. Eine Beschäftigung, die Zeit frisst und nicht allzu viel Spaß macht, aber sinnvoll ist und sein muss. Immer noch am Datensichern. Zwölf Uhr durch. Wir wollten eigentlich um zwölf Uhr losfahren. Ich hocke immer noch und schaufel Daten. Es ist der Wahnsinn, was da zusammenkommt. Unfassbar. Ehrlich. Flauschi wird schon langsam nervös, glaube ich, und befürchtet, dass wir gar nicht mehr wegfahren. Doch, wir fahren weg. Vor der Tür hier ist einiges los. Vor allem ist enormes Tauwetter. Die Pfützen werden immer größer. Hier hat nicht aus Versehen jemand sein Grauwasser verloren, sondern es taut wie die Hölle. Überall und es geht ein ordentlicher Wind. Wetter aber weiterhin auf der guten Seite. Noch immer blauer Himmel. Hier und da ein bisschen Schleierquölk. Aber ansonsten, super und schon wieder gut was los. Ihr seht, die Busse und irgendeine Alarmanlage pfeift und Hunde bellen. Es ist an der Zeit, die Biege zu machen. Und wenn das mit dem Tauwetter so weitergeht, dann brauche ich auch bald keine Spikes mehr an den Schuhen. Jetzt warte ich noch, dass die letzten Gigabyte transportiert werden und dann Abflug. Und wo fahren wir hin? Wir sind hier oben am Nordkap. Das wisst ihr ja mittlerweile. Wir fahren jetzt hier runter durch Nordkap Tunnel, die ganze Küste entlang bis kurz vor Olderfjord. Und dann geht es rechts und die ganze Strecke wieder hoch bis nach Havaysund. Dreieinviertelstunden, 200 Kilometer. Ich rechne mal, wir brauchen dreieinhalb bis vier Stunden. Denn ich will noch entsorgen und ein paar Dinge tanken und solche Dinge, die man halt so tut, wenn man unterwegs ist. Das war jetzt ein bisschen komisch gesprochen, aber das gehört halt auch mal dazu. So, Abflug. Seid ihr bereit für die Abfahrt? Lange Tour heute. Wir gucken mal, ob das so kommt, wie wir das planen. Und wenn nicht, dann pennen wir irgendwo zwischen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall das Teufel los hier heute. Alter Schwede. Und ein Bombewetter, drei Grad plus. Riesen Wasser und Matschwüste hier. Schneepflüge stehen rum. Und wir fahren jetzt nach Honingsberg. Wir werden da wohl nochmal tanken und dann ziehen wir ab. Und wir fahren jetzt nach Honingsberg. Das war jetzt. So, ich bin jetzt. The Fire stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Getankt für 2,31 Euro und jetzt geht es weiter. Wir verlassen auch nichts Werk. Kurzer Stopp und hier die BioToy-Urin-Kassette-Toilette entsorgt. Und jetzt können wir wieder 10 Liter pinkeln. Super! Flauschi ist begeistert. Was ich jetzt aber auch noch kurz mache, ist neue BioToy braune Ware ansetzen, denn die Toilette ist ziemlich voll. Seit 18. Januar bin ich unterwegs und habe sie seither nicht entleert, also den Feststofftank. Und so langsam kurbelt sie sich schwierig. Deswegen wird sie heute noch entsorgt, wenn ich an einem Mülleimer vorbeikomme und neue Massen muss natürlich angesetzt werden. Kokosfasern aufgelöst. Das war jetzt noch kurz. Das ging flott. Kokosfaserziegel, 600 Milliliter Wasser, alles in Beutel. Das wird jetzt aufweichen über die nächsten Stunden. Ich hoffe einfach, wir kommen noch an einem Mülleimer vorbei, wo ich das alte Zeug loswerden kann und auch meinen anderen Müll. Einiges dabei jetzt. Ich würde sagen, jetzt fahren wir mal weiter. Wenn euch die Details interessieren, wie das funktioniert mit der BioToy, mit dem Feststofftank und so weiter, dann empfehle ich euch meine anderen Videos zu dem Thema. Da verlinke ich euch unten die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch dann informieren, wie das alles funktioniert, im Detail abläuft, wo die Vorteile liegen und so weiter. Ich bin weiterhin absolut begeistert und jeden, den ich treffe, der sowas auch hat, alle happy. Das Beste, was es gibt. So, weiter. Jetzt geht es in den Nordkap-Tunnel. 6.870 Meter lang, 212 Meter unter dem Meer. 212, unvorstellbar, was die hier rausgepuddelt haben. Wir können wieder atmen. Wir sind durch. Auf der anderen Seite sieht es ähnlich aus. 2. 7. 5. 4. Da. 5. 5. So, ich trappe mich auf. 3. 7. 5. Wir sind kurz vor Olderfjord und fahren hier jetzt mal rechts. Die Strecke, die wir jetzt gefahren sind, war echt geil, sehr abwechslungsreich und lustig. Zum Teil sehr eisig, zum Teil auf Asphalt. War echt sehr viel unterschiedliches Material für Zortelspushen dabei. Und jetzt gucken wir mal, wo es hier lang geht. Auf jeden Fall ist hier mindestens genauso eisig wie vorhin. Wir rumpeln uns hier über die Strecke auf der 889. Jetzt war gerade Parkplatzschild, Aussichtspunkt irgendwas. Das sieht dann so aus, eine Spiegeleisplatte. Abgestreut aber, glaube ich, oder? Was meint ihr? Mal wagen. Ui, sieht aber geil aus hier. Sollen wir hier bleiben? Dann machen wir morgen den Rest. Ist doch cool hier. Traktion haben wir halbwegs. Solange wir rollen. Wir fahren jetzt einfach die ganze Nacht im Kreis. Kein Auto Co-Pilot fahren heute Nacht. Schnell mal vor die Tür. Aber lieber die Spikes anziehen, Leute. Es ist ziemlich rutschig. Ohne Spikes niemals im Winter nach Norwegen oder hier hoch. Also an den Füßen meine ich. Auto geht auch bisher ohne. Und hier stehen wir jetzt. Schöner Parkplatz. Rund um uns. Viel Natur, würde ich mal sagen. Vielleicht kommt noch ein Elch vorbei oder ein Renntier. Das wäre doch noch lustig. Und auch noch ziemlich cool, wenn man so ein bisschen dahin guckt und auch läuft. Dann sehen wir mehr. Das mit Doppel-E. Es gibt so einen Wanderweg, der völlig gefroren ist. Und unter einem knirscht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Wie gesagt, nie ohne Spikes. Das kommt sonst echt nicht gut. Oh, was kommt denn jetzt noch da? Ist ja kalt. Was ist denn das noch? Betonbank, Alter. Das hört sich echt gefährlich an. Unter mir. Das ist eine große Betonsitzgarnitur. Und von hier kann man dann da runter gucken. Das nenne ich mal einen ziemlich coolen Spot. Und normalerweise ist es hier, glaube ich, auch ziemlich kalt. Denn das sieht mir aus wie ein gefrorener Fluss. Momentan haben wir aber nur 0 Grad. Und klaren Himmel. Vielleicht kriegen wir heute Nacht Frost. Das wäre mal wieder krass, oder? Gut, wir sind uns also einig, dass wir hier bleiben. Ist das okay für euch? Gut, dann bleiben wir hier heute Nacht. Und natürlich fahren wir dann morgen weiter dahin, wo wir eigentlich heute schon hin wollten. Versteht sich ja von selbst, oder? Der Zottel hat heute übrigens so ein bisschen seinen natürlichen Ten verloren. Und ist seitlich leicht ins Bräunliche abgedriftet auf den dreckigen Straßen. Jetzt stand ich hier gerade so rum und habe mir überlegt, so, was mache ich jetzt? Check mal kurz die Polarlicht-App. Jetzt muss ich hier aus der Socke geschlagen. Das könnte heute ein Spektakel oder ein riesiger Reinfall werden. Wie immer. Aber das Rote heißt starke Aktivität. Und von der Ausrichtung, ja, das stehen wir nicht perfekt. Der eine linke Berg da müsste weg. Aber in die andere Richtung haben wir ein offenes Meer, freie Sicht. Und das könnte, könnte was geben, wenn das Wetter mitspielt. Ich mache vorsichtshalber mal das Equipment parat. Hol die Kamera, mach die Einstellung, dass, falls es losgeht, es an uns nicht liegt. So langsam macht sich die Sonne hier an den Abstieg. Beleuchtet hier aber nochmal die Bucht fantastisch. Kurz noch zur Betonplatte gerannt, um ein bisschen höher zu stehen. Der gefrorene Fluss leuchtet hier in den unterschiedlichsten Farben. Die Berge werden rosa beleuchtet. Das sieht mal wieder echt gigantisch aus. Ihr wisst, was kommt. Abendessen, bevor hier eventuell noch was losgeht oder nicht. Ein bisschen stärken. Draußen wird es frischer. Wir haben, glaube ich, schon wieder fast Frost. Leute, ich habe gerade meine Canon geschrottet. Ich filme gerade noch mit ihr. Aber das Display hängt unnatürlich schräg runter. Hab mich drauf geguckt. Display tot. Ich sehe nicht mehr, was ich filme. Ich kann keine Einstellung mehr machen. Ich kann gar nichts. Jetzt habe ich eine kaputte Canon. Eine Sony, bei der der Ton scheiße ist. GoPros, die auch einen scheiß Ton haben. Fuck. Keine gescheite Kamera mehr. Und als wäre das nicht alles schon Mist genug, ist auch kein einziges grünes Zeichen am Himmel, sondern der Himmel ist wieder zugezogen und es tut sich gar nichts. Es ist zum kurzen. Vorläufig werde ich jetzt mit meiner Sony filmen. Also es kann sein, dass ihr immer mal einen Knacken hört. Das ist dann halt geschuldet der Sony, weil es nicht mit dem Mikro harmoniert und da irgendwas defekt zu sein scheint an der Sony. Denn an den Mikros liegt es nicht. Ich stehe mal wieder vor der Tür und gucke mir den Himmel an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber obwohl die App sagt Aktivität und zwar ordentlich, ist am Himmel nichts zu sehen. Aber gar nichts. Stimmt nicht ganz. In die andere Richtung sehe ich jetzt gerade live, wie ihr auch, dass da was grünes hinter den Wolken schimmert. Verdammte Wolken. Musik 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 Jo, ihr seht richtig. Ich liege im Bett. Genug für heute. Draußen war nicht mehr viel los. Die ein paar Shots, die ich gemacht habe, mehr kam nicht. Aber besser als nichts. Jetzt schlafen wir mal. Vielleicht geschieht über Nacht ein Wunder und die Canon ist wieder ganz. Vermutlich aber eher nicht. Also, Dankeschön, wart ihr heute mit dabei. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Amazon Partner Link verwenden und auch für die PayPal Unterstützung. Ganz coole Sache von euch. Freut uns immer riesig. Dankeschön. Und jetzt gute Nacht. Tschau zusammen. Musik 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 Ja, das kommt davon, wenn man einen Blick aus dem Dachfenster wirft. Ich habe mich wieder angezogen und gehe vor die Tür. Es war gerade aus dem Dachfenster eine riesen Kurzshow. Vielleicht kommt ja noch mehr. Ja, was war das jetzt? Aus dem Dachfenster rausgefilmt gehabt. Riesenshow. Vor die Tür gegangen. Nichts mehr. Stunde draußen gestanden. Nichts mehr. Geht's pennen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Vis ajuda auch um Eseklinchen zu können. Geht's f White sind und schtr beter auf wie ihn misst. Danke und Inhale. Böck, überall mathematic Guess. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht Mege & Lampen eine Wind. Vielen Dank.